Alex, die aktuelle Live-Show. Unsere Gäste und Themen heute. Hertha Doiblok-Melin, Politikerin über Machthunger und Maßhalten. Klaus Freimann, Theaterdirektor über Burgfrieden und Bühnenkrach. Christiane Paul, Schauspielerin über Autoknacker und Kino-Stars. Jürgen Kuttner, Kultmoderator über Unsinn und Tiefsinn. Alex Extran, Ben Herrenreisen, Berliner Studie über Sextourismus. Alex Show, Hallmackenreuter, Berliner Punk vom Prenzlauer Berg. Und Juliane Barthul. Hallo, guten Abend, ich begrüße Sie sehr. Willkommen bei Alex. Lieber Herr Dr. Kuttner, jetzt kommen wir wieder zum Thema des Tages. Take that hat sich aufgelöst. Ich weiß nicht, Ihnen sagt das vielleicht nicht so ganz viel, aber es ist ein Drama. Es ist schrecklich. Erst ging der eine weg, jetzt ist diese ganze Truppe im Eimer. Und hier stehen vier tapfer auf der Bühne, die eigentlich heute Abend einen Trauerabend vor sich hätten. Hallmackenreuter, vier musikmachende Männer eigentlich aus einer etwas schrägeren Ecke haben aber ihr Herz an Take that verloren und sind heute deshalb auch größtenteils in Schwarz in Trauer, weil sich hier heute das aufgelöst hat, was Ihnen zumindest für heute Abend die Vorlage geboten hat, nämlich ein wunderbares Take that Lied, der Knaller des letzten Jahres für 96 in der Version von diesem Herrn vom Prenzlauer Berg. Wie ich finde, sage ich mal gleich vorab, finde ich diese Fassung sehr viel schöner. Ihr könnt's. Auf Becken von Gült. Ja, ich hab den nicht übergebracht. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020